Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Suchräume in PRIMO. Im Bibliothekspartei PRIMO stehen mehrere Suchräume zur Auswahl. Sichtbar werden diese erst nach dem Start einer Suche oder wenn Sie hier einfach erstmal auf die Lupe klicken. Voreingestellt ist die Kombination der Suchräume FU-Katalog und Artikel Plus. Der Suchraum FU-Katalog enthält Medien, die die Freie Universität elektronisch und in Print im Bestand hat. Dazu zählen Bücher, E-Books und Zeitschriften, aber auch AV-Materialien und Datenbanken. Artikel Plus ist ein Megaindex mit mehreren Milliarden Datensätzen von externen Anbietern. Hauptsächlich sind hier Zeitschriften und Zeitungsartikel enthalten, aber auch viele Buchkapitel und andere Materialien, für die die Universitätsbibliothek Volltexte anbieten kann. Schwerpunkt von Artikel Plus ist englischsprachige, wissenschaftlich relevante Literatur. Im voreingestellten Suchraum FU-Katalog und Artikel Plus finden Sie also meistens ziemlich viel Bücher, Artikel, Webseiten und vieles mehr. Auch die Bibliotheksbestände. Die seitlich angeordneten Filter, auch Facetten genannt, helfen Ihnen, die Ergebnismenge sinnvoll zu reduzieren. Und Sie zeigen auch die Herkunft der Daten an. Wenn die Ergebnismenge durch die vielen Aufsatzdaten, Rezensionen und Zeitungsartikel zu unübersichtlich sein sollte, dann können Sie die Suchanfrage natürlich präzisieren. Oder Sie beschränken sich erst einmal auf den Suchraum FU-Katalog. Hier bekommen Sie nur selbstständig erschienene Literatur angezeigt. Also Bücher, lizenzierte E-Books und Zeitschriften. Gedruckt oder elektronisch, aber keine Aufsätze oder Buchkapitel. Bücher oder E-Books aus dem FU-Katalog, die für Lehrveranstaltungen benötigt werden, werden von Lehrenden in Semesterlisten zusammengestellt. Die Printausgaben können während des Semesters nicht oder nur verkürzt ausgeliehen werden. Für die Ergebnisliste gibt es besondere Filtermöglichkeiten nach Kursname, Kursnummer und Kursdozentin bzw. Dozent. In der erweiterten Suche kann mit diesen Kriterien auch gesucht werden. Hinweise auf Semesterlisten sehen FU-Studierende auch in Blackboard. Für die Suche nach Datenbanken können Sie neben dem Suchraum FU-Katalog auch das Datenbank-Infosystem DEBIS nutzen. Dort werden lizenzierte und eine Auswahl freier Datenbanken sowie E-Book-Archive und netzwerkfähige CD-ROMs verwaltet. Bei der Suche nach Zeitschriftenaufsätzen sollten Sie auch diese Angebote nutzen, denn im Bibliotheksportal sind zwar die Daten von wichtigen Anbietern recherchierbar, allerdings sind nicht alle Datenbank-Inhalte in Primo. Nutzen Sie diese Datenbanken komplementär zu Primo, damit Ihnen keine relevanten Informationen entgehen. Unter den Datenbanken finden Sie auch andere nützliche Inhalte wie zum Beispiel Lexika und Wörterbücher, Werkausgaben, biografische Archive, Statistik-Datenbanken oder Zeitungsarchive. Publikationen von Universitätsangehörigen finden Sie in der Universitätsbibliografie mit eigener Rechercheoberfläche, die wir in einem anderen Video vorstellen. Vielen Dank für Ihr Interesse!